¿Haben Sie einen Freund? Ja, ich habe einen Freund. Wo ist er? Er ist in der Arbeit. 아직까지도요? Immer noch? 네, 일이 많아서요. Ja, er hat viel Arbeit. 하지만 여기로 올 거예요. Aber er wird hier kommen. 언제 오는데요? Wann kommt er? 5분 뒤에 와요. In 5 Minuten. 저는 이만 가봐야겠네요. Ich muss jetzt gehen. Amin. Amin.